Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um die Probleme, Krankheiten, viele Fahrzeuge, die man kauft oder besitzt. Wenn ihr so ein Fahrzeug vorhabt zu kaufen, auch wenn es eine Garantie hat, ist es oft so, dass viele Komponenten, die eine Garantie zwar haben, aber die Garantie für viele Sachen nicht greift. Deswegen bieten wir eine Fernwartung an. Wir schicken euch so ein Kabel zu. Ihr braucht einen Laptop mit Internet und Windows und wir können auf das Fahrzeug zugreifen von hier aus und prüfen das Fahrzeug. Jede Art von Prüfung wird von uns per WhatsApp zugeschickt mit Bildern, mit einer Sprachnachricht. Wir erklären, was das bedeutet und ihr habt schwarz auf weiß die einzelnen Komponenten geprüft und ihr wisst, wie es dazustehen von dem Fahrzeug, was ihr kauft. Denn zum Beispiel Komponenten wie ein Partikelfilter oder ein Katalysator, was um die 3000 Euro kosten, werden aber von keiner Garantie übernommen. Oder zum Beispiel eine Batterie oder einen AGR-Kühler oder einen AGR-Bypass. Das sind Komponenten, die sind sehr, sehr teuer, aber keine Garantie greift. Wenn ihr zum Beispiel so eine Prüfung gemacht habt, dann ist das halt so, dass zum Beispiel bei der Prüfung habt ihr eine Verhandlungsgrundlage an den Verkäufer. Ihr könnt ihm zeigen, hör mal zu, das Auto, was ich hier kaufe, hat die und die Probleme und ich muss so und so viel investieren zum Beispiel in das Auto, damit ich das noch vielleicht 100 oder 150.000 Euro fahren kann. Das ist schwarz auf weiß da. Wenn ihr so ein Fahrzeug selber habt und ihr möchtet das Auto ein bisschen länger fahren und ihr wisst, es gibt Sollbruchstellen und ihr möchtet nicht irgendwann auf die Schnauze fallen und viel Geld für teure investieren, sondern präventiv prüfen und sehen, aha, da und da kann ich zum Beispiel vielleicht was machen, bevor es sehr teuer wird. Genauso kann man das auch für sowas anwenden. Oder wenn ihr schon ein Problem mit dem Fahrzeug habt und ihr habt kein großes Vertrauen zu den Werkstätten, Freien oder Vertragspartnern bei euch in der Nähe, weil ihr halt denkt, die wollen mir sowieso was verkaufen, dann können wir natürlich auch eine Diagnose machen und euch unabhängig unsere Meinung sagen, denn wir haben mit dem Fahrzeug tagtäglich zu tun und eine Empfehlung. Über das Kabel können wir natürlich auch Updates machen, Programmierung wie eine Leistungssteigerung oder eine Modifikation bestimmter Software. Das ist alles aus der Ferne möglich. Wir werden euch aber erstmal zeigen, was für Prüfungen wir überhaupt machen und wie tief man überhaupt in die Materie kommen kann. Der Partikelfilter eines Dieselfahrzeugs ist ein sehr, sehr wichtiges Bauteil und kann auch sehr teuer werden. Der Partikelfilter selber kostet um die 2500 Euro. Wenn man zu spät erkennt, dass er nicht regeneriert oder reinigt, kann auch als Folgeschaden ein Turbo kaputt gehen. Deswegen kann man mit einem BMW-Tester im Vorweg geprüfen, in welchem Zustand ist mein Partikelfilter. Dieses Fazit hat knapp 100.000 Euro gelaufen und leider ist der Partikelfilter relativ voll. Man sieht hier bei verschiedenen Ist- und Soll-Wert vergleichen mit dem BMW-Tester kann man zum Beispiel sehen, der Partikelfilter sollte einen maximalen Wert im Leerlauf haben von 35. Wir haben hier 17. Das heißt, wir haben hier eine Beladung von fast 50%. Hier sieht man die Beladung, wie es ausschaut bei 2000 Umdrehungen. 75 ist der Maximalwert und wir haben hier 56 und das nur bei 100.000 gelaufen. Wir haben keine Fehlermeldung, der Kunde weiß davon nichts. Deswegen, durch solche Prüfungen kann man sehen, was Sache ist und präventiv was machen, bevor es teuer wird. Die Injektoren oder Einspräsidien spritzen den Kraftstoff in den Brennraum. Natürlich haben wir die Problematik mit dem heutigen Kraftstoff. Wir haben einen Biodieselanteil, deswegen halten leider die Injektoren nicht so lange, wenn man normalen Kraftstoff tankt. Würde man zum Beispiel Aral, Ultimate oder Shell V-Power tanken, dann hätte man natürlich länger was für Injektoren. Nur die meisten Fahrzeuge sind Leasingrückläufer und da wird einfach das Billigste von den Billigen getankt. Wie auch bei diesem Fahrzeug. Wir haben 100.000 gelaufen und wir sehen zum Beispiel die Injektoren, die haben hier Werte von 1,1. Das ist nicht normal für so eine Laufleistung. Das heißt, man muss immer schauen, dass bevor es zu spät ist, man entsprechend handeln kann. Denn so ein Injektor kostet pro Stück um die 550 Euro. Bei vielen Fahrzeugen kann man nicht mehr einen Injektor tauschen, denn BMW hat verschiedene Revisionen von Injektoren rausgebracht und die sind leider nicht miteinander kompatibel. Jeder Diesel hat drei Klappen. Das heißt, wir haben hier eine Ansaubrücke und in der haben wir drei Klappen, die bewegen sich. Das Problem ist, durch die Abgase der AGR, irgendwann verrusten die drei Klappen und fangen an zu klemmen, so wie hier zum Beispiel. Bei den neuen Fahrzeugen werden die drei Klappen elektronisch angesteuert. Bei dem alten Fahrzeug hatten wir so ein Unterdruckventil. Daher hatten alte Fahrzeuge wie E60, E90, E39, für die war das egal, ob die drei Klappen klemmen oder nicht. Bei den neuen Fahrzeugen merkt das Fahrzeug sofort, ob die klemmen oder nicht. Und wenn die klemmen, dann wird die Regeneration des Partiekämpfers unterbrochen. Und ihr bekommt davon leider nichts mit. Man kann mit dem BMW-Tester prüfen, in welchem Zustand sind die drei Klappen, klemmen die oder klemmen die nicht. Wir haben hier eine Sollkurve und eine Istkurve. Ihr seht, rot ist die Sollkurve, blau ist die Istkurve. Und ihr seht, die drei Klappen in dem Fall klemmen nicht. Die Kurven liegen übereinander. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht und weist darauf hin, dass die Ansauerbrücke entsprechend sauber ist. Nach der Ansauerbrücke haben wir den Motorblock, da wo die Ventile sich befinden. So sehen zum Beispiel die Ventile aus oder ihr habt hier auch ein Bild. Die Abgase, die durch die AG in den Motor eingeführt werden, bleiben nicht bei den drei Klappen hängen, sondern beziehungsweise nicht nur da hängen, sondern auch im Motorblock selber. Daher prüfen wir jetzt die Versottung. Wir haben Volumen in verschiedenen Drehzahlen, die hat das System gespeichert und wir prüfen mit den Werten, die das Fahrzeug hat. Daher haben wir Ist- und Sollwerte und können sehen, in welchem Zustand ist die Versottung bei diesem Fahrzeug. Das Auto wird verschieden Drehzahlen angefahren und die Werte werden entsprechend uns gezeigt, wie ist der Sachverhalt bei verschiedenen Drehzahlen im Vergleich zu den Sollwerten, die man haben sollte oder was halt im schlimmsten Fall sein kann. So, hier sieht man das. Das sind die Maximalwerte unterer und oberer Maximalwert und das sind die Werte in den verschiedenen Drehzahlen. Man sieht hier im Fahrzeug hat 100.000 gelaufen und wir haben eine Versottung schon knapp bei 10. Was heißt das für uns? Das heißt, wir haben ein Volumen, wo Luft normalerweise reingehört. Aber das Volumen hat sich verkleinert. Das heißt, wir haben genauso viel Kraschstoff wie früher, aber wir haben jetzt auf einmal weniger Luftvolumen, was reinpasst, weil dort, wo es Luftvolumen sein sollte, haben wir Dreck. Dadurch haben wir eine zu fette Verbrennung. Als Folge haben wir natürlich mehr Ruß und was dem Partikel wird dann natürlich zusetzt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.